Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem neuen Videoblog der Kölner Freien Wähler. Die Kölner Polizei beantwortete eine Anfrage der Freien Wähler zu möglichen terroristisch motivierten Taten oder Anwerbeversuchen in Flüchtlingseinrichtungen wie folgt. Dies sei nicht der Fall gewesen. Den Freien Wählern reicht diese Antwort nicht aus, zumal die Stellungnahme der Verwaltung fehlt. Die Verwaltung beantwortet eine Anfrage der Freien Wähler über mögliche terroristisch motivierte Taten oder Abwerbeversuche in Flüchtlingseinrichtungen ausweichend. Es sei nicht bekannt, dass in Kölner Einrichtungen die Lagerung von Plänen und Utensilien, die zum Bau von Waffen und Bomben geeignet seien, bislang erfolgt sei. Die Freien Wähler kommentieren in einer Pressemitteilung diese Antwort wie folgt. Die Terrorgefahr wird von der Verwaltung heruntergespielt. Sie suggeriert, dass es solche Vorgänge in Köln nicht gegeben habe. Fakt ist, bereits am 20. September wurde in Köln-Portz ein junger Extremist festgenommen, der offenbar in einer Flüchtlingseinrichtung einen Sprengstoffanschlag plante und sich aus dem Netz Unterlagen besorgte. Bedenklich finden die Freien Wähler auch, dass die Verwaltung zugibt, keine flächendeckenden Einlasskontrollen oder Überwachungsmaßnahmen zu planen. Sie verlassen sich, eigenen Angaben zufolge, auf die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Die Freien Wähler erkundigen sich mit einer Anfrage nach Maßnahmen gegen die zunehmende Vermüllung der Parkanlage im Vorgebirgspark und in der Raderberger Brache. Auch möchte man wissen, ob dort Personen illegal campieren. Die Verwaltung räumte ein, dass es in der Vergangenheit zu Übernachtungen von Personen dort gekommen sei. Ob es sich um Obdachlose oder Flüchtlinge handelt, wisse man nicht. Über die persönlichen Merkmale dieser Menschen, gegebenenfalls über ihren Aufenthaltsstatus oder ihren Gesundheitszustand, sei nichts bekannt. Die Freien Wähler fordern eine bessere Aufklärung und gegebenenfalls Hilfestellung durch das Ordnungsamt durch Einsatz geschulter Sozialarbeiter. Es sei nicht hinnehmbar, wenn Obdachlose nur durch Zettel an ihrem illegalen Zeltlager darauf aufmerksam gemacht werden, sich bei Bedarf an die entsprechenden Berater der Stadt wenden zu können. Eine weitere Anfrage zu Missständen in Köln-Meschenich, die sich mit einer illegalen Müllkippe beschäftigt, wurde im Dezember an die Verwaltung gerichtet. Zu guter Letzt wurde im Dezember ein Prüfantrag der Freien Wähler einstimmig beschlossen, den historischen Trinkwasserbrunnen im Rosengarten des Vorgebirgsparks einer denkmalgerechten Sanierung zuzuführen. Die weiterführende Forderung der Freien Wähler, dem Brunnen auch weiter einen funktionierenden Wasseranschluss zu geben, wurde aus Kostengründen vertagt. Die Freien Wähler fordern außerdem die Beseitigung hässlicher Schmierereien und Graffitis und eine stärkere Nutzung des Parks durch anspruchsvolle Veranstaltungen und klassische Konzertveranstaltungen. Das war's mit unserer Jahresrückschau 2016. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.